Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder LS15 auf der Map Niederlande zusammen mit dem Toto. Hallo. Nicht brutal hier, ey. Ne, das machen wir anders, liebe Leute. Ich sehe mich nämlich da schon mit meinem Deutsch drinlegen. Wir fahren hier nochmal eben eine schöne Runde. Ja. Was? Ja. Ja, gut. Mach das. Ja, habe ich vor. So. Das ist doch schon besser. Und sonst irgendwas passiert so in der Woche so? Ne, eigentlich gar nichts. Alles ruhig. Ja. Alles gut. Alles beim Alten. Das ist schön. Bei die? Ja, alles gut. Alles gut. Marco hat sich ja den Zeh gebrochen. Ja. Wollte Fußball spielen oder so. Hat gegen den Ball getreten. Zack. Gebrochen. Weischei. Der Markus, glaube ich, gerade arbeiten, ne? Ja. Der ist arbeiten. Ja, deswegen ist er nicht bei uns. Er ist arbeiten. Ferienjob. Der wollte sich, glaube ich, ich weiß nicht, was weiß ich, neues Mountainbike holen oder so. Hat er da nicht was dir irgendwas von erzählt? Ja, irgendwas war da. Irgendwas wollte er machen. Was machst du gerade? Ich bin gerade am häckseln, ne? Ach so. Das war schon vor 20 Folgen gemacht. Ja. Ich wollte mich gerade sagen, ich bräuchte hier mal einen, der düngt. Wo bist denn du? Auf Feld 8. Kann ich das hier mal kurz einstellen? Auf Feld 8. Hast du den Dünger? Ging es da? Ne, ne. Der steht am Hof in irgendeiner Halle. Da steht er. Hast du ihn? Ja. Bin unterwegs. Okay. Okay. Mal gucken, wo. Da oben. Es wird ja schwer sein, den 15er, finde ich, mit dem 17er zu übertreffen. Weil ich finde, der 15er hat zwar ein paar Fehler und so, aber er hat, ich weiß auch nicht, immer eine schöne, trotzdem eine schöne Grafik. Und wenn man so in den Himmel guckt oder so über das Feld, wie der Traktor so drüber fährt, sieht das trotzdem immer noch richtig toll aus. Ja. Aber ich bin ja mal gespannt. Ja, ich auch. Was Giants da aus seiner Kiste rauspackt. Na, jetzt haben wir auch schon Roggen. Läuft. Müssen wir nachher mal zusehen, dass wir schnell die Silage verkauft kriegen, unseren Drescher wieder haben. Und dann starten wir mal schön mit der Produktion, ne? Haben wir schon einen Wassertank? Ich glaube noch nicht, nein. Also brauchen wir den auch noch. Neu zum Klaas auf einem Feld. Ist das nicht wunderschön? Dass ich das mal erleben darf. Machst du da. Hast du GPS eingestellt, oder was? Nein. Das ist doch gedüngt. Gedüngt. Was? Ist das gedüngt? Ist das gedüngt? Ja. Stimmt. Oh, Entschuldigung. Das war nämlich nur so gegrubber. Deswegen habe ich gedacht, hier ist noch nicht gedüngt. Dann guck mal. 9, 10 und so nach. Ne, 10 ist was drauf. 9 ist Dinge. 11 ist auch Wiese. Was ist 12? 12 war doch das, was wir nicht wussten, was das ist. Aber ich gucke mal. Ach, jetzt weiß ich, was 12 ist. Was ist 12? Da kannst du platzierbare Objekte hinsetzen. Ach so. Das ist nochmal so eine freie Fläche. Was ist auf 13 drauf? Hörst du gerade dran vorbei? Dreimal das Raten. Weiß. Ja. 14 ist wieder Wiese. 15 ist Wiese. 16 ist auf jeden Fall was drauf. Das weiß ich. 17 ist Wiese. 18, 19 habe ich gemacht. Ja. Haben wir eigentlich Gras? Ne. Gras haben wir noch nicht. Wir brauchen ein bisschen Gras. Für die Futtermischstation, weißt du? Mhm. Müssen wir auf jeden Fall was reinpacken. Ach so, meine lieben Freunde. Das ist Multivitaminsaft. Also nicht denken, dass das jetzt hier irgendwelche alkoholischen Getränke sind. Ja, man weiß ja nicht. Ja. E-Zigaretten sind jetzt Drogen. Ja. Nicht was mehr heißt. Erst kiffte und dann seufte. Ja. In der Aufnahme. Ja. Was ist das für ein YouTuber? Ja. Ich denke aber, er war einfach nur ein junger Zuschauer und wusste gar nicht, was das ist. Ich hoffe, Marc, du hast nicht deabonniert und bist noch dabei. Ich hoffe, wir sehen uns auf Gamescom. Falls du hingehen solltest. Dann kannst du ja sagen, wer du bist. Und essen wir zusammen Eis. Oder eine Pommes. Oder eine Bockwurst. Oder eine Bockwurst. Oder... Ich weiß auch nicht. Oder ich krieg einfach nur einen Lolli. Hier hast du deinen Chupa-Chupa und jetzt hau ab. So. Das fällt auch fertig. So. Sehen es das drauf. War klar. 19, 20. 35 kannst du auch gleich noch. Was ist 36? Bist du auch was drauf? Ähm... Nee. Du bist gerade am Düngen jetzt, diese 35? Nein, noch nicht. Die mache ich erst gerade... Ach so. ...wechslich leer. Ja, dann fahre ich mal eben zum Hof und tanke erstmal meine Sämaschine wieder auf. Wir brauchen auf jeden Fall eine größere. Das dauert mir alles zu lang. Beim... ...nexten drin sein. Was, was? Was hast du gerade gesagt? Was muss drin sein? Die wird beim nächsten Mal drin sein, wenn wir diese Leidstöcke hoffen. Ach so. Da bin ich hoffen, ne? Da wird so vieles zu unserem Ding nicht. Na ja, ob wir so viel brauchen. Schauen wir mal, ne? Sehen wir. Ist halt gut, wenn man es braucht, dass man es kaufen kann. Ja, sicher. Scheiße, jetzt muss ich jetzt wieder acht Folgen Mais häxeln. Ja, hier... ...minus 380 da im... ...da Hardcore am Limit leben, habe ich auch keine Lust drauf. Aber schon minus 1000. Gut, ey. Was? Was du machst? Ich habe Saatgut gekauft. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich kein gebeiztes Saatgut nehme, ist... ...ich habe es vergessen. Gut. Scheiße. Mensch, Toto. Kannst du da nicht her sagen? So, jetzt schippst du es gerade wieder raus. Was schippst du raus, was? Du sollst gerade wieder raus scheppen. Nimmts wieder, nimmts wieder. Ja. Ich will das nicht. So, sehen wir das hier auch schon mal an. Jetzt weiß ich aber nicht... Boah, Fliege, verpiss dich hier, ey. So, müssen wir mal eben gucken. Wachstum. Ne, 19 habe ich gar nicht gemacht. Verdammt. Habe ich wahrscheinlich nur gedüngt, ne? Äh, 35 mache ich jetzt erstmal. Und auf der 35... Die muss noch gedüngt werden und ist noch nicht fertig. Ja, ja, aber... Ja, gut, dann fahre ich rüber, hoch zur 19. 36 wolltest du doch. Oder 36 kann ich auch machen, ja. Könnte ich auch machen. Dann mache ich auf der 36 nochmal Roggen. Das ist nämlich nur so ein kleines Feld. Oh. Oh. Ey, geht die Fliege mir auf den Piss hier. Mann, ey. 36 ist auch gedüngt, ey. Ich flieb gleich aus, ja. Was, 36? Ist gedüngt. Ich flieb gleich aus, ja. dass man aussteigen muss selbst ankoppeln muss ja da ist es vor kurzem mod raus gekommen ja habe ich schon erfahren habe ich schon erfahren immer schön also bin ich nicht der einzige mit solchen wünschen ich bin nicht der einzige der viel zeit hat wenn ich viel zeit hätte recht glücklich so meine lieben freunde wir sind auch am ende unserer folge angekommen wenn es euch gefallen lassen like da und ja wir sehen uns morgen wieder ihr kleinerer bauten haut rein